Einmal auf dem Mount Everest und wieder zurück und das Ganze ohne Sauerstoffflasche und wahrscheinlich auch ohne Schnee und zwar auf der Spitzhaustreppe. Ich war um jeden Meter froh, den wir noch mit dem Auto hochgefahren sind. Auf die Plätze, fertig, los! Es gibt dann auf jeden Fall beim Tom einen sehr beliebten Erdbeerkuchen, den gibt es spendiert aufs Haus. Gut gemacht!